Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Feuerwerksimulator. Mir hat neulich einer in den Kommentaren geschrieben, dass es angeblich bei so einem Laden, da wo dieses Schild dran hängt, wegen Covid geschlossen, dass da irgendwas mit einer Bombe wäre. Ich weiß selber nicht genau, was er meinte. Auf jeden Fall müssen wir das Schild wegmachen oder so. Und deswegen probiere ich das einfach mal aus. Ehrlich gesagt, ich glaube nicht dran. Aber okay. Ach du Scheiße, das geht ja wirklich. Ja gut, das Schild ist auf jeden Fall schon mal weg. Ja, ich kann dafür die ganze Tür rausnehmen. Okay. Bin gespannt. Boah, ich muss sagen, ich hab jetzt irgendwie Schiss. Okay. Wir sind drin. Nein! Da ist ja echt ne Bombe drin. Leck mich am Arsch, ist das geil. Ist das geil. Tim. Digga. Ich komm nicht auf mein Leben, klar. Da ist einfach ne Bombe drin. Okay, ich würde sagen, wir haben die Eier und trauen uns einfach mal, das Ding da raus zu transportieren. Hoppala. Passt das durch die Tür? Ja, wunderbar. Leute, was machen wir hier? Das ist ja mal wieder ne komplette Eskalation. Ich würde sagen, wir stellen das Ding einfach mal hier hin. Das kann man doch nicht springen, Alter. Was ist das für ein Ding? Hilf mir. Oh Gott. Also, ich würde sagen, wir trauen uns einfach mal, das Ding anzuzünden und gucken, was passiert. Ich hab überhaupt keine Ahnung. Wahrscheinlich sollte man das auch im besten Fall nicht hier machen, aber egal. Let's go. Ach du Scheiße. Leute. Das, liebe Fische, war es an der Stelle komplett. Wie geil ist das denn, Leute? Hä, das ist ja... Hä, ich bin sprachlos. Däger. Ganz ehrlich, ich lade das Video heute noch hoch. Da ist noch eine. Jo, wahrscheinlich. Okay, die nehmen wir direkt mit. Zack. So, mitkommen. Hä, ich bin grad mega im Hype, ne? So, jetzt ist natürlich die Frage, spawnt die automatisch neu? Oder muss ich die erst zünden und dann spawnt sie neu? Weil, dann spawnt sie neu. Ja, wahrscheinlich. Englisch ist da. Nee, aber... Ich find das schon verdammt fett. Also, nicht nur dieses Feature, dass man die erst finden muss. Hä, also... Ich bin sprachlos. Ich bin einfach sprachlos. So, wir zünden das Ding direkt wieder an. Hä, das ist ja mega geil. Ich komm gar nicht klar grad. So, Feuerzeug. Let's go! Leute. Oh, bisschen schief. War sonst echt geil. Bam! Hä, wie geil ist das denn? Leute. Achtung. Flip. Da ist er wieder. Schauen wir die mal hier drin zünden. Nein. Okay, wir machen's. Weg hier. Party. Ja. Und... Three, two, one. Ja, gut. Was war das denn? Oh, wie einfach alles hell ist. Wahnsinn. Wahnsinn. Mir fehlen die Worte. Mir fehlen einfach die Worte. Man kann nichts anderes dazu sagen. Unglaublich. Hä, ich bin so übelst gehypt grad, ne? Da ist einfach schon wieder so ne Bombe. Okay, einmal tun wir's noch. Hier. Physikstool, so. Ich bin mal gespannt. Ich weiß ja nicht, ob es mehrere von so Gebäuden gibt, wo die da irgendwie sind. Ich hab ja keine Ahnung. Auf jeden Fall schreibt mir in den Kommentar, ob es eine Möglichkeit gibt, dann mehrere von zu haben. Also auf einmal natürlich. Und dann gucke ich mal, was ich machen kann. Das ist nämlich extrem fett. Das ist richtig fett. Das ist richtig fett. Boah, wie geil ist das denn? Also an dem Tag, wo ich das aufnehme, ist der 31. Ich wette, das Video ist gleich online. Schneider save jetzt und lad's jetzt hoch. Dann würde ich sagen, wenn dir das Video gefallen hat und du mehr Experimente mit so Simulatoren sehen willst, dann abonniere gerne meinen Kanal und lass gerne einen Daumen nach oben da. Eigentlich sage ich es immer umgekehrt. Heute einfach mal nicht. Egal. Dann bis zum nächsten Video und ciao. Bis zum nächsten Mal.